Wenn ihr euch wisst, diese Frau, die jetzt auf die Bühne kommt, ist nicht nur wunderschön, charme und halbe Stimme, sondern wir haben heute auch kennengelernt, super gut wie ihr sie bewegt. Bitte, 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 gib mir einen riesen Applaus, sie ist für euch! 1, 2, 3, 2, 1! 1, 2, 3, 2, 1! 1, 2, 3, 2, 1! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020